... im gleichen Boot. Sehr geehrte Damen und Herren, ganz, ganz besonders liebe Kinder, ich freue mich, Sie alle im Namen der evangelischen Kirchengemeinde St. Johannes für Rheithausen und Sie auch heute hier begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Die Auerkult, das ist für mich ein Symbol von Lebensfreude und von Vielfalt und von dem Begegnung zwischen den Menschen. Und Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, wünsche ich genau das. Eine fröhliche Geduld, eine friedliche Geduld mit vielen schönen zwischenmenschlichen Begegnungen. Ich denke, es ist aber auch wichtig, dass wir gemeinsam nicht vergessen, bei aller Freude, die wir hier erleben dürfen, auch an die Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht, die in Armut leben oder auf der Flucht sind, hier in unserem schönen München oder sonst wo auch der Welt. Lassen Sie uns diese Menschen mit unseren Gebeten begleiten. Ich wünsche Ihnen allen und uns allen eine wunderschöne Welt. Danke sehr. Applaus Applaus Vielen Dank. 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 Jetzt nicht länger warten zu lassen, möchte ich jetzt den entscheidenden Satz sagen. Hiermit eröffne ich die Kult-Saison 2015. Vielen Dank.